So, heute Planet Emily TV Oster-Special mit Planet Emily und der kleinen Emily. Und wie macht Ela? Was macht Emi dazu immer? Wie macht ihr die Tante Ela? Jetzt sind die Eier geboten. Nun ist es raus. Ich konnte nicht mehr schweigen. Sieht vielleicht nicht gut aus. Doch jetzt muss ich's dir zeigen. Ich bin ganz verschwunden. Hallo, ich bin die Caro. Wir sind im Pro-Raum. Planet Emily TV Folge 6. Ich präsentiere euch heute den Timo Tower. Ich dachte, du präsentierst heute sein T-Shirt. Lieben Gruß an Benni. Die Locke. Whatever. Hat er mir mal geschenkt, nämlich. Nette. Wer ist denn das überhaupt? Benni. Der ist von den Dicken. Von den Dicken. Von den Dicken. Ah, Timo. Du bist emo. Ich möchte noch was präsentieren. Leonard ist eklig. Leonard hat's gerade an seiner Gitarre geschnitten. Näher rankommen. Mit dem Dicken. Ja, genau. Das dachte ich. Das ist auch krass. Oh, wie. Äh. Er hat's ja nicht gemacht. Warum denn nicht? Es war voll viel. Oh, das ist eklig. Ich kann es nicht verstehen, wenn die uns jetzt nicht mehr gut finden. Schmack ich mit einem leicht nussigen Abgangen. Ich kann die Autofahrer-Frage leider nicht beantworten. Wie gut bin ich als Autofahrer spielen? Ja. Da kommt die Sonne. Zum Beispiel, zu welchem Zeitpunkt ist der Alkoholspiegel höher? Wenige Minuten nach dem Alkoholkonsum, eine Stunde nach Alkoholkonsum, zwei Stunden nach Alkoholkonsum. Guck mal, ich bin schon wieder falsch. Leonard. Was sagen Sie dazu? Ich mach, ich werd' nicht mehr besser als ich schwebe. Nichts. Was? Was sagen Sie dazu? Zu was? Naja, geil. Ah, okay. Du, der Party muss jetzt losgefahren, vorne sitzen Kurt und Jürgen. Kurt ist mit den langen Haaren, wie man das halt erahnt. Wie immer. Die reden über mich. Nein, über Kurt. Kobe. So, bis später. Tschüss. Ich leg niemals 3,50 Euro aus. Bestens 2,50 Euro für das hier. Ja. Warum? Timo, warum? Ich freue mich. Oh. 10.000 Volt, 10.000 Volt, 10.000 Volt durch mein Herz. Ich leg nur noch an dich, nur noch an dich, nur noch an dich. Und ich spüre keinem mehr. 10.000 Volt.